so da bin ich wieder heute nur mit einer kurzen news folge big panda news ja es gibt drei sachen die ich mit euch durchgehen wollte eine sache die ist mir total durch die finger gelaufen habe ich überhaupt nicht mitbekommen nämlich ein partner wurde schon announced der sich an die bitpanda pro angeschlossen hat vielleicht habt ihr das schon gehört die bank von derheit dann wurde von einem mitglied in der bestgruppe ein interessanter part gefunden in der stellenbeschreibung das werde ich auch noch zeigen und dann hat bitpanda ein tweet abgelassen wo sie so einen ungefähren zeitraum gesagt haben wo panthos mit dem testnetzwerk starten wird das alles werden wir in dieser folge durchgehen also starten ins video also wir sind hier auf twitter die links dazu sind wie immer unten in der video beschreibung und hier ist der erste tweet der mir irgend und den tweet habe ich gar nicht mitbekommen das war am 14 september also eh vor zwei tagen um 11 uhr aber er ist bei mir irgendwie untergegangen normalerweise kriege ich immer alles mit aber den habe ich echt nicht mitbekommen und die bank von derheit hat sich jetzt an die bitpanda pro angeschlossen und ja das ist auf jeden fall bullisch also der erste institutionelle partner banken partner sozusagen hat sich an die pro angeschlossen also wer das bankhaus nicht kennt das ist schon uralt also seit 1754 mit einem ewig langen stammbaum ja ich kann mich erinnern ich habe einmal einen artikel über sie gelesen in bezug aber zu einem stablecoin mit einer berliner firma und das war damit ich hoffe ich sage jetzt nichts falsches der euro b glaube ich war es damals ich weiß nicht was aus dem projekt geworden ist ich habe habe das nicht so weiterverfolgt vielleicht gibt es den eh noch immer auf jeden fall für mich eine sehr spannende news und ich glaube wir werden dann auch einige andere partner sehen im laufe der zeit so und jetzt kommen wir zu dieser blockchain engineer jobbeschreibung von bitpanda und die stellenausschreibung ist halt sehr interessant weil bei den aufgaben steht halt dabei für defi protokolle server aufstellen und warten das ist auf jeden fall was spannendes und dann hier die part of the future lightning network integration also das lightning network wird anscheinend integriert also btc lightning network damit kann man super schnell kleine btc beträge auch überweisen über diesen second layer und ist super genial und das scheint anscheinend auch auf bitpanda bald integriert zu werden und das finde ich auch sehr interessant ich frage mich ob sie sich da verschrieben haben develop staking capabilities in house meinen sie damit staking und haben sich nur verschrieben ein bisschen ich hoffe es zumindestens ja wenn irgendein developer da ist und sagt nein damit meinen sie was komplett anderes bitte unten in die kommentare schreiben wäre interessant aber das sind die drei sachen die ich da raus gelesen habe aus dieser stellenbeschreibung also die defi protokolle das lightning network und staking ob das jetzt staking gemeint ist damit das ist jetzt noch die frage und jetzt nur noch zur spannenden bantus news wann wird das ganze gestartet ich gehe einfach den ganzen tweet mit euch durch ihm in unserer telegram gruppe hat es eh schon einer übersetzt aber ich gehe das ganze jetzt noch mal für euch durch also letzte woche haben wir euch gefragt welches projekt ein shoutout verdient viele von euch stimmten für bantus wir haben euch gehört und denken genauso also los geht's band das ist ein crosschain interoperabilitätsprojekt der nächsten generation das 2018 von bitpanda initiiert wurde ziel ist es den transfer von tokens von einer block chain zu anderen zu ermöglichen dezentral und ohne zwischengeschaltete blockchains die vision des bantus projekt ist ziemlich gewagt die letzten jahre haben gezeigt dass eine native kommunikation zwischen konkurrierenden blockchains sehr unwahrscheinlich ist und ansätze die in second layer lösungen zu ermöglichen gründliche forschung und planung erfordern das streben nach zusammenarbeit und informationsaustausch zwischen verschiedenen projekten netzwerken oder communities ist entscheidend für den erfolg und die masseneinführung der blockchain technologie aus diesem grund haben wir uns mit erstklassigen unternehmen und institutionen zusammengetan wie zb rbi jota und das austrian block chain center und wir freuen uns darauf in den kommenden jahren weitere sinnvolle partnerschaften bekannt zu geben um ein nachhaltiges ökosystem zu gewährleisten halten wir es für sehr wichtig in starke forschungsstrukturen zu investieren oftmals geben block chain projekte zuerst versprechungen ab und müssen später ein rückzieher machen pantus hingegen ist ein projekt bei dem die forschung im vordergrund steht ein häufiges phänomen im krypto bereich ist der drang der erste in einem bestimmten bereich zu sein wodurch die kritischsten teile des entwicklungsprozesses vernachlässigt werden und möglicherweise die gelder der nutzer riskiert werden während man sich stattdessen auf marketing und hype konzentriert wir glauben nicht dass dies die richtige richtung für die zukunft dieser revolutionären technologie ist und halten diesen ansatz für nicht nachhaltig und kurzlebig aus diesem grund sind wir bei der projektfinanzierung sehr umsichtig vorgegangen alle iso gelder wurden 2018 im bitcoin umgewandelt und wurden die ganze zeit über gehalten was die verfügbaren ressourcen dramatisch erhöht und es ermöglicht das projekt für viele jahre zu finanzieren und zu wachsen das pantus team arbeitet derzeit an einem ersten proof of concept das anfang nächsten jahres auf öffentlichen testnetzwerken veröffentlicht werden soll dies wird nicht nur pan inhaber einen ersten anwendungsfall als anbieter von diensten bieten sondern auch zu einem besseren verständnis der möglichkeiten führen die pantus bieten wird also kurz zusammengefasst wir wissen jetzt pantus startet am anfang des nächsten jahres also eigentlich sollte damit gemeinsam in den ersten drei monaten aber ich gebe ihnen ein bisschen mehr zeit ich sage im ersten halbjahr sollten sie das testnetzwerk auf jeden fall auf die reihe bekommen und dass wir da schon sachen sehen ja ich finde das ganz spannend jetzt haben wir so eine timeline wir wissen ungefähr wann es losgeht und wir werden jetzt sehen wie sich der kurs bis dorthin verhaltet ich glaube wir werden steigungen sehen aber das ist nur mein bauchgefühl was sagt ihr glaubt ihr es wird jetzt noch mal runter gehen bevor es überhaupt losgeht oder glaubt ihr es wird jetzt langsam anziehen und rauf gehen bevor es losgeht wäre interessant was euer gefühl ist also ich glaube wir werden jetzt langsam steigende kurse sehen weil es sind jetzt maximal sechs bis neun monate und das ist jetzt nicht mehr viel zeit also wenn da jedes monat dann ein paar leute wirklich einen haufen investieren weil sie dann eine not aufstellen wollen und ich glaube in diesen sechs monaten werden noch einige leute erfahren dass da die notes dann kommen etc das heißt das kann schon ein bisschen für druck sorgen ich bin auf jeden fall gespannt ja und das war's schon mit dieser kurzen news folge schreibt mir bitte unten eure meinung in die kommentare ich bin echt gespannt was ihr so denkt bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten video